Nach sechs Fehlgeburten, TV-Star Vanessa Marziel erwartet Baby Was für ein wunderbarer Lichtblick! Jahrelang hatte, 49, mit vielen Tiefschlägen zu kämpfen, die Schauspielerin erlitt ganze sechs Fehlgeburten und darf sich jetzt über ein Wunder freuen, Vanessa ist wieder schwanger und verriet sogar schon das Geschlecht. Wie die amerikanische Webseite People jetzt berichtet, schweben die 49-Jährige und ihr Verlobter derzeit im ganz großen Elternglück und zwar ganz in rosa. Das bestätigte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin ebenfalls auf Sozialmedia mit einem niedlichen Schnappschuss, ganz kuschelig liegt ihr Hündchen Rocky auf ihrem deutlich gewölbten Barbie-Bauch. Dazu schrieb Glücklich, meine Mädels! Zur großen Freude ihrer Follower, herzlichen Glückwunsch! Und ich freue mich so sehr für dich! Du hast es wirklich verdient, schwärmen ihre Fans unter dem Foto. Für, die bereits einen 15-jährigen Sohn aus der Beziehung mit Brian Austin Green, 44, hat, ist es das zweite Kind. Für ihre derzeitige Schwangerschaft ist das TV-Gesicht extrem dankbar, wir beten, dass alles gut geht, erklärte sie im Netz. Für ihre derzeitige Schwangerschaft ist das TV-Gesicht extrem dankbar, wir beten, dass alles gut geht, dass alles gut geht,